Ich denke mal so vor circa, wann bin ich angefangen? Vorletztes Jahr, im Dezember, bin ich angefangen mit dem Spiel. Und des Tech-Trees war man natürlich überwältigt, als neuer Spieler. Es gab zigtausende Möglichkeiten, die man anfangen kann. Und selbst wenn man sich mal für einen Tech-Tree entschieden hat, also Deutschland oder Russland oder welchen auch immer, stand man sehr schnell vor der Entscheidung zu sagen, ich habe jetzt hier mein Tier-1-Panzer fertig gegrindet. Was passiert jetzt? Was muss ich jetzt machen? Was sollte mein Ziel sein? Was muss ich als nächstes grinden? Diese Information gab das Spiel einfach nicht her. Hat ein Anfänger meiner Meinung nach von Anfang an schon direkt verunsichert, wenn Spieler vor Entscheidungen gestellt werden, sehr, sehr früh, dass sie halt Angst davor haben. Entscheide ich mich jetzt für den TD oder entscheide ich mich jetzt für die ARTI? Ich habe ja keine Ahnung als Anfänger, in welche Richtung ich mich erstmal bewegen will. Kann, soll. Natürlich kann ich jetzt hingehen und mir Videos angucken und sagen, okay, da gibt es tausend verschiedene Content-Creators, die einfach hingegangen sind und zig Videos zusammengeschnitten haben, wo sie den Leuten erklärt haben, welchen Panzer man da nehmen soll. Wo tausende von Fachbegriffen benutzt wurden, die ich als Anfänger überhaupt nicht verwerten kann. Also ich stand eigentlich relativ alleine ganz am Anfang da. Wenn ich jetzt mal in diesen, in den neuen Tech-Tree reinschaue, habe ich einfach hier die Möglichkeit, erstmal wenigstens mal zwei Panzer zu ergrinden, bevor ich eine grobe Entscheidung treffe, wo ich hinfahre. So nach drei Panzern oder so, muss ich die erste richtige größere Entscheidung treffen. Wenn man das mal bei den Deutschen sieht, da habe ich erstmal zwei Panzer, also die sind alle am Anfang jetzt gleich aufgebaut, für die Spieler, die jetzt am Anfang sind und gerade eingestiegen sind und sich so langsam anfreunden wollen, wie das Ganze läuft, ist dieser Anfang natürlich wesentlich einfacher als dieses, wir spielen Tier 1 und danach hast du auf einmal fünf Möglichkeiten. Das ist jetzt wesentlich einfacher gestaltet und für die Spieler wesentlich einfacher zu verstehen, vor allen Dingen für die Anfänger. Ich weiß, die Spieler, die halt 40.000 Gefechte haben oder so, denen ist das eigentlich scheißegal, weil die haben so viel Erfahrung, die gehen einfach hin und denken halt, okay, das ist einfach keine Überforderung für einen Spieler ganz am Anfang. Aber ist es schon, vor allen Dingen, wenn es extrem komplex wird. Ich finde die Sache gut, dass sie die Premium-Fahrzeuge jetzt getrennt haben komplett und nicht mehr sozusagen einfließen lassen in den gesamten Tech-Tree. Damit ist eine relativ klare und deutliche Trennung da. Von der Anfängerseite aus gesehen ist es natürlich jetzt wesentlich einfacher zu verstehen, was sind das überhaupt für Panzer. Diese eigentliche Bezeichnung Premium-Fahrzeuge kam ja in dem alten Tech-Tree gar nicht richtig vor. Die waren irgendwo dazwischen eingestreut und der Spieler wusste entweder, was er ist oder wusste es nicht. Generell sieht man jetzt, dass es eigentlich am Anfang sehr entwirrt wurde. Was ich auch wichtig finde, ist, dass du sehr früh den Stil des Panzers bekommst, den du halt auch am Ende als Zehner haben wirst. Das passt eigentlich ziemlich gut von der Art und Weise her, wie sie das gemacht haben. Die Panzer haben jetzt mehr Bezug zueinander, vor allen Dingen, wenn man sich am Tech-Tree dann entlanghangelt. Auch das hilft vor allen Dingen den Anfängern, die sich ja erstmal so, ich sag jetzt mal, in diesem Bereich bewegen werden und dann irgendwann mal die Entscheidung treffen müssen, spiele ich jetzt Heavy-Arty-Tank-Destroyer. Die Entscheidung fällt natürlich dann wesentlich einfacher und leichter vor allen Dingen, weil du schon ein bisschen mehr Erfahrung hast, du hast schon ein bisschen was mitbekommen, du weißt ungefähr nach ein paar Gefechten so ganz grob, in welche Richtung das geht. Und das hilft natürlich enorm, dass dieses ganze frühere Geflecht jetzt so ein bisschen entzehrt wurde. Jetzt gibt es natürlich welche, die regen sich so ein bisschen darüber auf, dass es jetzt, dass die Panzer als Sammlerfahrzeuge angesehen werden. Ich finde das nicht schlecht, weil das für den Spieler, der schon erfahren ist, der vielleicht immer mal gerne irgendwas aus dem anderen amerikanischen Tech-Tree spielen wollte, der kann sich jetzt diese Panzer sowieso kaufen, ohne jetzt den langsamen Anfangsschrein zu machen. Alle anderen haben ja ihre Fahrzeuge in der Garage behalten, da gibt es ja keinen großen Unterschied drüber. Deswegen glaube ich, dass es eigentlich kein Rückschritt ist. Es ist auch relativ klipp und klar hier aufgeteilt, in welche Richtung das geht, welche Panzer man hier kaufen kann, welche schon in der Garage sind. Das finde ich eigentlich sehr eindeutig aufgebaut. Das Ziel ist natürlich, dem Anfänger über diese erste Hürde zu wuppen, dass er mal die Möglichkeit hat, überhaupt mal in die nächste Kategorie reinzukommen. Das heißt also, in die nächste Tierstufe oder in den nächsten Tech-Tree reinzukommen. Generell ist es so, dass das Spiel extrem komplex ist und Anfänger natürlich am Anfang logischerweise Schwierigkeiten haben, um das überhaupt komplett zu verstehen. Wenn dann noch tausend Entscheidungen getroffen werden, spiele ich jetzt Light oder spiele ich Medium und so, ist ja noch gar nicht klar für mich als Anfänger, was ich denn überhaupt spielen will. Wie soll ich auch diese Entscheidung so früh treffen können? Kann ich ja gar nicht. Die Maus-Akrobat oder die Mailand-Videos oder auch die Mutality-Videos, die finde ich alle gut, haben auch gute Informationen. Das Problem ist aber meiner Meinung nach, dadurch, dass die halt schon so viele Gefechte haben, diese Spieler, die nehmen so viele Sachen als gegeben hin, die wir als Anfänger damals überhaupt gar nicht hatten. Das fängt schon mit den einfachen Begrifflichkeiten ab, so wie Aufgehen oder Doppelbusch oder was ist ein FK und alle solche Sachen. Es sind einfach viele Sachen, die da besprochen werden, die der Anfänger gar nicht kennt. Da fehlt so ein bisschen meiner Meinung nach der Ansatz, das noch rudimentärer anzugehen. Natürlich gibt es auch immer wieder Videos, die ganz gut passen. Es gibt ja tausende von World of Tanks-Videos und Erklär-Videos von Maps bis, weiß ich nicht alle. Die Schwierigkeit ist da aber auch wiederum, wenn du jetzt eine Map versuchst zu erklären und du sagst, die Map wird über den Süden gewonnen, der Anfänger, klar, weiß ja, wo Süden ist, aber natürlich hast du, je nachdem, was du für ein Fahrzeug fährst, vielleicht auch andere Aufgaben auf diesen Maps. Und normalerweise musst du eigentlich die Map immer in Zonen einteilen, wo der Spieler, gerade der Anfänger, dann sagen kann, okay, ich fahre mit meinem Panzer in diese Zone, ich fahre mit meinem Panzer in die nächste Zone. Deswegen gibt es halt auch viele, die zum Beispiel sagen, okay, dieser neue Patch, der ist doch totaler Blödsinn, kommt halt eher aus der Sichtweise von jemandem mit 60.000 Gefechten. Wenn du jetzt einen Anfänger fragen würdest, der jetzt da reinkommt und sich das anschaut, für den ist das, wenn er gerade startet, wesentlich einfacher, in dieses Spiel reinzukommen. Und das wollen ja auch die erfahrenen Spieler. Die erfahrenen Spieler wollen ja, dass die Anfänger möglichst gut über die erste Hürde kommen, sich ein bisschen da wohlfühlen, so einigermaßen wissen, in welche Richtung sie fahren müssen. Das soll ja das Ziel sein. Und das Map-Verständnis, wie fährt man den Panzer überhaupt, wie positioniert man sich, all diese Sachen sind ja so komplex für einen Anfänger. Wenn da noch dazu kommt, okay, jetzt muss ich mir überlegen, welchen Panzer ich denn fahren soll und dann verändert sich ja auch nochmal wieder alles, glaube ich, dass es besser ist, wenn die ganz am Anfang einfach mal zwei bis drei Tierstufen vor sich hin grinden können, sagen wir es mal so, bis sie wirklich zu der Entscheidung kommen und sagen, okay, hier stehen wir jetzt an der Weggabelung, fahre ich jetzt den Heavy oder fahre ich jetzt Artie oder fahre ich jetzt den Tank Destroyer. Da fühlt man sich schon ein bisschen wohler, weil man schon ein bisschen länger dabei ist und ich glaube, in dem Fall kann man dann auch sagen, okay, jetzt kann ich die Entscheidung auch treffen. Das ist meine Einstellung. Und jetzt wird sich amüsiert, denn Gott will es! Zum greifen! Das ist meine Einstellung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank.